hallo liebe leute herzlich willkommen zurück endlich wieder zum minecraft ich bin wieder da ja sorry 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 warum entschuldige mich ja ich hab's vergessen zu sagen hatte ich eigentlich noch extra video machen können hatte ich aber keine zeit mehr er hat sich spontan entwickelt und zwar war ich weg ich war ungefähr jetzt knapp seit donnerstag war ich weg in einer anderen city in einer anderen stadt und deswegen hatte ich auch keine zeit mehr gehabt aufzunehmen vorher und eine folge raus zu ballern auch wo ich unterwegs war konnte ich natürlich wenn man nichts aufgenommen hat kann man auch nichts veröffentlichen nichts raushauen ja hatte sich alles spontan entschieden aber jetzt bin ich wieder da liebe leute jetzt geht es weiter und zwar wir gucken mal was wir gucken mal was erstens krummerhills gab es seit gestern die heute gestern heute gestern gestern eine neue version version 1.1 ich guck gleich mal hat sich das geändert haben die treppen wer mich regelmäßig verfolgt der weiß was ich meine treppen umgedreht die treppen so kann man mal gucken an balkon ich weiß gar nicht was ich letztes mal gemacht habe ich will drüben und drücke ich muss eine e drücken nicht sondern e und e so schwarz pulver muss ich mal weg grümpel so viel gerümpel pfeile brauche ich auch nicht das brauche ich nicht so offline hatte ich natürlich dann auch nichts gemacht weil ich war so wie gesagt eben seit donnerstag nicht mehr zu hause erst heute wieder auf montag ja 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 ist behoben guckt euch das man schön geil 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 so haben wir das behoben das sieht auch gut aus hier die ecken ne ja alles gut alles gut wunderbar wunderbar das freut mich dann freut mich ein ei oder freut mich ein ei schön ach fichtenholz habe ich beim letzten mal glaube ich genau gesammelt aber nun stecken nicht mehr und ich brauche mal ich brauche mal ich brauche mal ich brauche mal eisen und eisen hallo nochmal an den extra hier an melana maus melana grüß dich schön dass auch noch zu schaust du hast mir ja einen schönen link in der letzten folge da gelassen wie man ein schild kräft und damit mal gucken hier wo war denn jetzt eisen da war doch eisen aber ich brauche mal hier gebranntes eisen bin ich jetzt wieder hallo habe ich drüben eisen das könnte ich sonst mal in ofen hauen das nehme ich das mal mit wo ist denn da die bude die wollen wir sowieso bald mal abreißen also die bude hier das kann bald weg weil wir haben da drüben ja soweit eigentlich schon jaja also zumindest eingang haben wir ein bisschen hier unten fertig eigentlich ist ja noch gar nichts fertig außer die treppe hier ne schöne treppe und dann ja dass man hier sich das ja keine ahnung bauen wir eine küche oder sowas hier hin und sehen wo wir eine küche hin müssen oder eine küche hin muss am besten am besten so einen kleinen raum ne könnte ja hier wunderbar die küche hier genau ich glaube wir bauen hier die küche hin oder 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 auf der anderen seite was meint ihr hier die küche oder auf der anderen seite hier ist der ausblick viel schöner ne ich glaube wir machen hier die küche hin können hier zum beispiel schon ofen hin aber ich wollte auch was treffen hier eisen müsste eisen das eisen eisen so ein schild ich hoffe ich habe es nicht vergessen so und da ja ist das nicht geil ein schild so kräftet man also ein schild noch mal danke herzlichen dank melana maus so da muss ich jetzt austauschen mit der fackel hier so wie ging das noch mal 5 ja das kann man mit schild hier wo das blöde ansicht da schön nah mein schild da schick cool das kann man und sein schild hier nice schön blocken hier blocken unser schöner kann man sagen ritter aber sowieso ein assassin skin drauf schön 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 kann ich eigentlich mal ein fotochin machen ne ich glaube man das mal auf der brücke oder so ne hallo ich lasse mich mal hier raus unser schön einfachen brücke hier hätte ich immer mal hin geklatscht habe auf die schnelle so machen wir ein schönes jahr können ja so ein bisschen stehen hätte auf unserem haus stehen können so machen wir ein bisschen so sieht man das glaube ich gar nicht so muss man mehrmals drücken ne so ja wunderbar mein schwert in die hand nehmen hallo schön machen wir mal so aber jetzt ein foto gemacht hier oder wie macht er noch mal ein foto hier ging dann nicht mit der drucktaste war das f12 oder sowas hier habe ich vergessen f2 ne ah f2 alles klar so man für durch ihn gemacht ähm das bräuchte die andere ansicht wie war die noch ohne die brauche nicht so so nein so chaos pur ich will meinen 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 oa-i-dingsbombs metall-dingsbombs da wieder einblenden alter kriegen das jetzt wieder rein hier verpeilt hier ach so f3 dann geht das andere weg alles klar so jetzt aber was machen wir jetzt schild haben wir gekräftet wunderbar birkenholz könnte ich an die nummer an die beckenholz war das nicht das war das war auch das war ein oja genau ich glaube da brauche ich ja wieder erden kommen dann muss ich das schild ja wieder weg packen es ist es ist es ist es ist schade macht er nix hallo du sagst du unten hin so alles klar mensch paar tage kein minecraft gespielt voll das chaos hier also was steuerung angeht ich hätte ja auch durch die treppe dadurch naja egal so dann müssen wir hier nämlich noch weiter machen wir Stück für Stück mal am häuschen weiter hier weil der bauernhaus muss noch mal fertig werden fertig werden ist gut das dauert sowieso noch ein paar tausend folgen bis ich das dach fertig hab das holz wird sowieso nicht reichen oh genau hier ist ja noch das dach bzw die decke oder etage wie auch immer die etage auf jeden fall das dach oder fußboden wenn man hier so ist ist es ja eigentlich der fußboden und hat eiblachi so es ist das decken auch schon weg verbrauchlich aber kein mehr nein ich habe doch eichenholz dabei schwarz eichenholz äh Misst egal so ich versuche dann da dass ich demnächst hier mal endlich mal weiter offline dann fichtenholz sammeln in der letzten folge habe ich glaube ich fichtenholz gesammelt das will ich aber jetzt nicht mehr machen könnte man der küche sonst mal anfangen und oder moment ich habe eichenholz soll ich ja weitermachen kommen wir mal ein bisschen weiter hier da ist auch noch ein ganzes decken so würde ich auch noch verarbeiten hier dass wir das mal hier ein bisschen eigentlich mal dicht bekommen das noch alles einrichten hier und gott 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 das auch noch tausend folgen extra ich hätte auch für die was anderes nehmen können aber bauern hause lassen wir mal jetzt schlicht und einfach deswegen war ich hier oben erst mal nur eiche weil in der etage hier oben wenn wir so nicht so oft sein denke ich mal so und es wird dunkel wo das decken ist jetzt auch schon weg also jetzt gleich so ein bisschen habe ich ja noch ich soll mal schlafen hier oben ist aber auch ein bisschen licht haben wir ja aber hier nicht hier in der mitte zum beispiel da das ist ein bisschen schatten da kann kripper spawnen aber ich glaube wenn wir in der nähe sind dann spawnt das nicht direkt man muss ja glaube ich ein bisschen weiter weg sein sonst spawnt ja nix das ist aber trotzdem gefährlich so kann ich auch von oben machen müsste ich hier nicht ne kopf nach oben hier über kopf hier arbeiten immer die hände nach oben das geht auch voll in die arme hier wieder ein stecken weg ich habe doch eben noch schwarz holz so es ist auch duster gleich kommt bestimmt wieder irgendwo hier zombies um die ecken oder irgendwie anderen monster aufpassen ich zwar natürlich auch da oben auf dem dach jetzt so das haben wir zu also weiß ich bescheid muss eichenholz offline besorgen hacken und natürlich fichte jede menge fichte noch so wieder alle wieder alle aber ich glaube das sollte reichen glaube das kriegen wir noch dicht hier aber nicht in dieser folge mache ich das jetzt noch drei minuten ich glaube es lohnt sich auch nicht mehr etwas anderes anzufangen das in der küche mache ich dann mal gucken vielleicht beim nächsten mal was ich dann nicht wieder vergessen was ich wollte so muss ich dann die folge meine letzte folge selber angucken was ich dann natürlich wieder ne ich bin ihr wisst ja ich bin der alt ne ich bin alt ich bin nicht mehr so jung ich bin nicht mehr der jüngste ich bin schon zehn jahre alt also ne ihr wisst ja dann vergesse ich einiges meine treuen treuen abonnenten die wissen ja wie ich drauf bin so wir wissen auch wie blöd ich manchmal baue wie man sehen kann hier also das ist ja wieder hier ja so da explodiert alles in der playlist zack so mond den machen wir mal dicht hier ne was da denn da ist aber ich ist ja bald vom mondfenstern ist oder was ist das da sieht so aus ne hm also fassen wir auf den weg da hinten so so habe ich jetzt da habe ich noch was da hinten ist schon zu der lümmel muss hier noch weg so ach ja mir fällt hier ein wir wollen nochmal wieder in die höhle ne wir müssen eigentlich mal diamanten suchen da wird mal wieder zeit erstmal wieder auf tour oder so also mal ein bisschen hier nicht bauen sondern mal wieder hier schön was anderes machen oh man oh man oh man oh man so ich glaube das reicht nicht mit eichenholz schade habe ich hier noch was schwarz ach das ist noch eichenholz wunderbar oh gott oh gott oh gott voll aus der übung hier obwohl das mache ich immer so ne oder ja nein das mache ich natürlich nicht immer so aber passiert halt ein bisschen öfter vielleicht lol 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 so gleich haben wir das zu hier oben oh mein nacken wird auch schon steif hier ey oh wie ist denn das hier hallo so das kriegen wir noch fertig hier oh das haut genau in der zeit hin wunderbar die folge ist hiermit auch schon vorbei und wir haben das hier oben dicht das ist doch geil und schild haben wir auch gekräftet wunderbar dank melana maus und mal danke dafür ähm das kommt hier weg wunderbar so das ist dicht da vorne ist glaube ich noch nicht dicht oder doch hier war auch schon zu so cool wunderbar das freut mich oh hier ist ein bisschen dunkel ne die ecke hier da muss man erstmal ein bisschen licht hin so und dann schauen wir mal später beim nächsten mal was ich denn mache ob ich denn echt diamanten oder soll ich hier weiter obwohl die küche wir wollen ja in der küche ne ja mal gucken wo ich bock drauf habt oder was ihr sehen wollt schreibt es doch mal in die kommentare was soll ich machen wollen wir die küche hier ein bisschen einrichten oder oder ähm also wenn wir mal was anderes machen nicht bauen sondern vielleicht mal diamanten suchen oder mach mal ein paar vorschläge hier ne liebe leute so ich sag dir mal schon mal bis zum nächsten mal wenn es euch gefallen hat lasst mir doch ein abo da lasst mir einen dicken daumen nach oben da und bis dann und ich komm extra für euch ich fahr nochmal durchs Loch so bis dann tschüss